So, Thiago Silber, Robben, Robben, auf Thiago, auf Flam, nein, oh Gott, ich dachte, Thiago läuft jetzt, weil er wollte nach innen ziehen, aber da ist Manzukic, Manzukic mit der Flam, oh Gott, Draxler aus dem Rückraum mit dem Schuss, aber das Ding hat er nicht gepackt, schade, so, Serigui, Serigui, nee, ich hab's wieder nicht gescheit lesen können, Lavezzi, wird da von Thiago bearbeitet und Robben kommt auch noch dazu, aber der wäre fast noch hinten losgegangen, so, Manzukic, warten, dass die anderen da mitkommen, Götze, so, Draxler in den Lauf von Bastian Schweinsteiger, der ist jetzt kein Pace-Viech, also, das kann man nicht behaupten, aber er hat einen guten Schuss, äh, abgeblockt, schade, jetzt geht es in die andere Richtung, Lukas, wird hier abge-, ja, gefoult von Manzukic, er sucht eigentlich Manzukic da hinten, warum war der nicht mit weiter vorne, äh, hab's auch den Konter unterbunden, So, langer Ball, nach vorne, na, der kommt aber bei der Berechnung nicht an, Lahm, na, Robben, ach, der spielte, Robben, Thiago, äh, den Ball in den Rücken, aber wir haben ihn wieder, also die Verteidigung steht, ich wollte gerade sagen, die steht sicher, ja, man soll es nicht verschreien, So, Dante, Allauer, äh, Götze, Draxler, Manzukic, mh, schlecht gespielt, aber es gibt drei Stoß für uns, nach faul an Manzukic, näher an, doch an Manzukic, und die Heimmannschaft wechselt, sie haben die nächste Spielpause abgewartet, du darfst jetzt wechseln, Thiago Mutter geht raus, und wer kommt? Sie, Soko kommt, ah, kenn ich auch nochmal, irgendwoher, so, Götze, da, Fassi, da vorne, na, man so gut schlafen, aber der Ball war zu, zu weit, zu lang, so, Dante gewinnt das Kopfball-Duell auf Manzukic, direkt, Manzukic, der mit dem Ball in den Lauf von Götze, aber, naja, oder, nee, war es gar nicht, Götze, aber Thiago, na, Robben gewinnt das Kopfball-Duell, aber zum Gegner schlägt er den Ball, na, Manzukic, so, jetzt, na, lange Bälle, die bekommen sie meistens, also Manzukic mit seinem 88er-Kopf, Ball, ja, 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 da vorne ist, oh, da jetzt nicht so präsent, so, mal, zu Kitsch, na, je, da ist endlich kein Durchkommen, Draxler, raus auf Alaba, Alaba in die Mitte, so, Götze, der sieht da draußen, äh, Thiago, Thiago, haut drauf, oh, der war nicht schlecht, aber wir schauen uns erst mal, wem wir da einwechseln können, na, so Schweinsteiger muss auf jeden Fall raus, gegen Martinez, das lässt sich leider nicht verhindern, das ist ja für ein 87er-Gesamt, ja, komm, dann lassen wir jetzt mal, so, was rein, dann, hm, noch Müller, ja, gut, das war's eigentlich jetzt, obwohl ich jetzt lieber Groß bringe als Müller, weil Groß mal mit Distanzschüssen was erreichen könnte, weil hier können wir uns nicht durch, also nicht so gut durchkombinieren, so, Sirigu, Sirigu, das heißt dann, Sirigu, so, Draxler, Suarez setzt zum ersten Mal am Ball, groß, der sieht schon mal den Laufweg von Suarez da vorne, Suarez, spitzer Winkel, Sirigu hat ihn, aber, er setzt sich durch, nicht, er kann sich nicht durchsetzen, so, Matuidi, irgendwas, und, weggeschlagen von Sirigu, so, Götze, ah, auf Thiago Silva, das ist blöd, wenn Götze auf Thiago Silva spielt, so, rechts, da draußen steht, es Robben flankt rein, aber da kommt niemand dran, an die Flanke, so, äh, Alaba, auf Draxler, Götze, na, Götze, immer noch Götze, nein, warum lässt er den jetzt da durch, hat er, man nimmt er den nicht an, ich meine, da wäre er ja ein Gegenspieler, ist ja ein Gegenspieler gewesen, ich meine, da hätten wir ihn ja mal annehmen können, so, Passwort auf Luis Suarez, Suarez, oh je, niemand in der Mitte, ah, Dante, geh zurück, da hat er noch nicht stehen, der geht ins Außenwälder, nicht laufen, soll aber machen, komm, wir müssen hier eigentlich, so, Alaba, Draxler, Götze, Suarez, oh je, Draxler, Gott, nein, was macht er denn da, sagen wir, na, Götze hat jetzt den Ball von Matuadi gewonnen, wenn der so heißt, aber er verliert dann das Laufruel, ich hätte mir den Ball vorlegen müssen, vielleicht, so, Großspiel, Boah, sehr schön in den Lauf von Robin, 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 1 0, was ein geiler Pass von Toni Kroos auf Arjen Robben, der macht in den 79. Minute dann das 1 0, gut, dass wir nicht, dass wir Toni Kroos eingewechselt haben, noch nicht, Thomas Müller, sehr schön, also ich stelle es mal sehr defensiv, das wollen wir jetzt nach Hause tragen, so, also, trotzdem früh stören, aber, keine Torchancen zulassen, das ist jetzt die Devise, so, Suarez mit dem Ballgewinn, Suarez mit dem Pass vor auf Draxler, Draxler, der, äh, spielt Götze nicht in den Lauf, schade, da war nämlich noch jemand, eine andere Mannschaft, na, Suarez, aber starker Ballgewinn wie der Eugen, starker Ballverlust, gleichzeitig, Groß mit dem Ballgewinn gegen, äh, Ubrajimović, weil der stehen bleibt, nämlich weiter rennt, Groß raus, äh, aus auf Kurs, Groß spielt, passt zu sich selbst, so, jetzt, hier, Flank, das könnte was werden, nein, das wird nichts, schade, Ubrajimović steht wieder, Ubrajimović steht wieder, Ubrajimović steht wieder, da steht auch recht zu viel, und sie sind 1 0 abgefunden, wäre schön, groß, Körpereinsatz hier, dass sie so sehen wollen, so, Meneß, ja, findet keine Anspielstation, muss drücken, passen auf Lukas, ja, auf Sissoko, ja, und weiter rüber auf Ibrajimović, meneß, der Ibrajimović, As, ja, Lukas auf, oh, Suarez, also Lukas nicht auf Suarez, aber Suarez, mit dem Ballgewinn, oh, und jetzt Draxler, nein, Draxler hat nicht mehr genug Energie, dass er da, dann noch, einen richtigen Sprint, macht, so, äh, Suarez, jetzt, vor auf Draxler, Draxler, ah, Abschluss aus der zweiten Reihe, geht nicht, und der Pass, ist auch komplett verunglückt, aber, mhm, die werden angeschossen, das bringt nichts, und jetzt ist das Spiel aus, und wir gewinnen 1 zu 0, durch das Tor von Arjen Robben, was ein Ding, hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen, also gut, Paris hat jetzt, hatten die überhaupt einen Tor, ja doch, die hatten schon einen Tor schluss, ja, hier zum Beispiel, äh, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, wir das gewinnen, ja gut, also Paris hat ja nicht so gut geschossen, na, wo ist das Tor, da ist das Tor von Robben, schöne, Ballmitnahme, schöner Abschluss, so kann sich das sehen lassen, so, Boateng ist Spieler des Tages, wir, die Heatmap hier von, Luis Suarez, wir machen weiter, in der Geschichte, Gladbach hat 1-1 noch, äh, gespielt gegen Liverpool, Bibao hat 3-1 zuhause gegen, oh, SC, oh, ich kann es nicht lesen, scheiß 24, äh, 84p, und Galatasaray hat gegen, Breda, Breda heißt nicht Brada, Breda gewonnen, ähm, ähm, für Nationalteam abgestellte Spieler, das ist schön für, eben, so, weiter, also wir haben jetzt die Tabellenführung in, unserer Champions League Gruppe, wir sind, Tabellenführer in der Bundesliga, und, das nächste Pokalspiel steht auch schon an, ja, also, aber weiter geht es jetzt erstmal mit, der Fußball Bundesliga, mit dem Spiel, zu Hause gegen Hertha BSC Berlin, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, also, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist nochmal der Link zu unserem, äh, zu unserer FIFA Prognose, Bayern gegen Dortmund, oder Dortmund gegen Bayern, weil Dortmund er zu Hause spielt, aber wir werden uns dann in der nächsten FIFA Folge sehen, hoffentlich, also, bis dann, Tschüss!